. Hey, wartet, ihr habt mich vergessen! Hi, ich möchte euch jetzt einen ganz besonderen Freund von mir vorstellen. Hey, du! Ich suche einfach nur einen Platz zum... ...Waffen! Wen haben wir denn da? Thunder ist ein sehr, sehr mutiger Kater. Hin und wieder laufen die Dinge aber ein wenig aus dem Ruder. Ja! Was ist denn da los auf dem Gepäckträger? Thunder! Nein! Oh, nein! Aber mich gibt es ja auch noch und ich pass auf, dass er nicht allzu viel Unsinn treibt. Ich bin ein Tiger, ich bin eine Looptie und mein Biss ist tödlich! Aber Thunder gerät nur deshalb in Schwierigkeiten, weil er sich um mich und mein magisches Haus sorgt. Du solltest darüber nachdenken, das Haus zu verkaufen. Verkaufen? Na, wo soll ich denn dann hin? Daniel will Meister Lawrence übers Ohr hauen und das Haus verkaufen! Wir fliegen alle raus! Kommt schon, wir müssen zusammenhalten! Ich bin dabei! Ich werde dich nicht enttäuschen! Also, begleite Thunder... ...und seine Freunde bei ihrem magischen Abenteuer! Dich kriege ich, Katze! Mir misset den Uffhalter! Ich hab da eine Idee! Keine Gnade! Hey, wir haben das zusammen geschafft! Ei, ei, Captain! Bisto! Demnächst im Kino und 3D! Ja ich bin ein searched! Bis zum nächsten Mal.